Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3-Teile. Und zwar wollen wir hier in Naxxramas wieder bei unserem kleinen Lieblingsgoblin ein wenig gambeln. Diesmal würde ich sagen, gehen wir auf 40 Schuh-Tokens. Dafür hauen wir insgesamt 120 Druckmittel des Todes raus, beziehungsweise vorher umgewandelt 120 von den Geißelsteinen. Und zwar, ich rede hier von den Großen, hier einmal aus Naxxramas habe ich die gefarmt. Und ja, was kriegen wir dadurch? Wir kriegen jetzt hier diese Items, die wir einmal aufmachen können. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, sind dann da die T3-Base-Teile drin. Ich habe in den letzten Videos schon hier ein paar gegambelt, wie ihr hier unten seht. Die kann man dann upgraden, und am Ende hat man dann quasi ein T3-Item. Und ja, mal gucken, vielleicht verlässt mich das Glück nicht. Ich habe heute schon ein paar Sachen umgewandelt, ein bisschen was rausgezogen. Deswegen, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne die letzten Videos angucken in der Reihe. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Schuhe uns auch noch holen können. Zusätzlich gibt es natürlich hier, wie ihr seht, wenn ich die Sachen aufmache, immer ein BOE-Item aus Classic. Die können wir auch ins Aha hauen. Das meiste davon ist ziemlich ramsch, also brauchen wir nicht drüber reden. Das ist nichts wert. Manche sind aber tatsächlich ein bisschen Asche wert. Und da werden wir jetzt nachher dann gleich einmal drüber gucken, ob wir das ein oder andere von den Items quasi dann ein bisschen zu Gold machen können. Wenn wir schon mal grob gucken. Hm, das hier vielleicht. Hm, na, also das ist bis jetzt eher nur ramsch. Also wenn die Sachen über 1000 Gold wert sind, dann sage ich, okay, dann kann man mal gucken. Aber alles drunter, ah, schau mal, das weiße Item hier, 28k. Und ab und an kriege ich auch kein Item raus. Da gibt es dann eine Währung, und zwar für Lacteriumgewebe heißt das. Und mit diesem Gewebe kann man dann später diese Items noch upgraden. Das kann man auch beim Händler kaufen. Heißt, umso mehr man hier quasi am Gewebe beim Gamblen schon rauskriegt, umso weniger muss man später beim Händler kaufen. Das macht nämlich teilweise schon einen ganz großen Betrag aus, insgesamt vom T3 zusammencraften. Denn je nach Slot braucht man halt einiges von diesem Gewebe. Das kostet zwei Kappen im Händler, ne. Ich glaube, für Hosen brauchst du 240. Äh, nee, doch, nee, 210 sind es, glaube ich, so rum. Also dann 420.000 einfach schon allein deswegen, ne. Also, ja. Das ist dann nicht günstig. Oh, ich glaube, mit den Schuhen haben wir kein Glück mehr gehabt. Also T3 war schon mal nichts dabei. Aber eventuell ziehen wir ja hier noch, ähm, oder haben wir hier noch irgendein Item dabei, was ein bisschen was wäre. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Es hat automatisch die Schuhe verkauft, aber die sind jetzt nicht so viel wert. Oh ja, 14K, da können wir noch mal gucken. 11K, das ist auch nicht schlecht. Ah, das könnten wir auch noch machen. Andere Zeug ist eher Ramsch. Nee, also viel war da jetzt nicht dabei. Vier Schuhe, die halbwegs okay sind vom Preis. Die hau ich jetzt mal noch ins Auktionshaus. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem kleinen Opening-Video. Diesmal hatten wir kein Glück. Aber naja, man kann nicht immer was rausziehen, ne. So ist das. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch gambelt, wie es bei euch aussieht. Zieht ihr da ab und an Items raus, oder ist das bei euch eher eine miese Nummer, so wie bei mir gerade. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Euer Tila, bis dahin. Ciao.